Was muss Gott besitzen, dass er für dich Gott ist? Vollkommenheit. Vollkommenheit, okay. Das heißt, wir merken, dass wir gewisse Ansprüche haben gegenüber Gott, richtig? Dass er allmächtig ist, dass er allsehend ist, dass er allhörend ist, dass er mich versorgt, richtig? Dass er unantastbar ist, richtig? Jetzt frage ich euch, Muslime, wenn jemand dich fragt, wer ist überhaupt Allah? Wenn ich dich frage, wer ist Allah? Wie willst du Allah beschreiben? Kann mir jemand Allah beschreiben? Bitte, Murat. Ein Muslim, wenn er gefragt wird, wer ist für dich Allah? Und warum ist er für dich Allah? Hat Allah eine Zurgi herab gesagt. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Sprich, Allah ist einer. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Erzeugt dich. Allah sagt direkt von Anfang an. Mein Diener, wenn dich die Menschen fragen, wenn du mich gefunden hast, du hast mich gesucht und wir haben Allah gesucht und wir haben ihn gefunden. Und wenn die Menschen, die nicht wissen, dich fragen, wer ist Allah? Allah so sagt zu ihnen, kul huwallahu ahad. Sprich, Allah ist einer. Es gibt kein Zwei, es gibt kein Drei. Es gibt kein Vor-Ihm, es gibt kein Nach-Ihm. Er ist einer. Lam yalid wa lam yulad. Erzeugt dich, wurde nicht gezeugt. Wisst ihr, was das heißt? Hier bringt uns Allah viel, viel mehr bei, als das, was wir verstehen. Das ist nicht nur gemeint. Viele sagen, ja, die meinen damit Jesus und Allah sagt damit, keiner hat mir meine Allmacht gegeben. Und keiner kann meine Allmacht bekommen. Ich war da vor allem. Lam yalid wa lam yulad. Erzeugt dich, wurde nicht gezeugt. Keiner hat mir diese Kräfte gegeben. Ich bin von niemandem abhängig, mein Diener. Ich bin Gott, ich bin Allah. Ich war da, wie der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, sagte, Allah existierte und mit ihm nichts. Und daraufhin erschuf er seinen Thron und unter dem Thron alles, was existiert. Das ist Allah. Das heißt, wenn dich jemand fragt, was ist für dich ein Gott? Dann sagst du, ein Gott muss einer sein. Keine Zwei, nicht ersetzbar, er ist der Eine. Al-Awwil wa al-Akhir. Allahus-Samad. Lam yalid wa lam yulad. Keiner hat ihm die Kraft gegeben. Gott ist zu allem allmächtig.